Musik Wladimir Wladimirowicz, die Proteste der Franzosen gegen die Steigerung der Benzinpreise ist zum Protest gegen alles geworden. Ich glaube, die Ereignisse in Frankreich sind natürlich mit der Preiserhöhung für Benzin verbunden, für Diesel, aber sie dienten als ein Trigger, als eine Auslösung. Und dann die Unzufriedenheit des wesentlichen Teils der Gesellschaft kam zum Ausdruck. Das sind die Franzosen. Der große Teil der Bevölkerung unterstützt es gegen 70%. Aber die Vorgehensweise von der französischen Macht zu bewerten, ist meiner Meinung nach absolut nicht korrekt. Musik 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 Musik